hallo und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten teil von let's play borderlands 2 mit einem duster hallo einem heider einem reader es einem wuhle und der obligatorischen ente wuhle ja brauchst du das sogar ansatz wäre des tokens vergeben mein handy ist am tod vibrieren hast du es wieder auf das der modus eingestellt was bei uhr wieder wuhle wuhle ja kaufst du mal her da ja hier wo hast du den vorher hingekauft warte mal octomins nein an den zauern nee danke aber octomins nein general oleal würde es lieben wo ist der zauern ich hatte hier eine riflinge geworfen aber jetzt liegt da noch eine shotgun ja wir haben wieder herkaut so ja wieso wahrscheinlich wird sie der heider mitgenommen haben hab nix mitgenommen es könnte sein dass ich sie aufgekloppte versehentlich aber hab sie ziemlich alles verkauft was ich bis jetzt gehabt haben also bad luck verwohle betätig mal einer den lift betätig mal einer den lift joo arena die dritte ne super ich hab schon 46.000 credits naja wieviel habe ich hier 50.000 braucht man für den nächsten bias rank 41 habe ich wo steht das 56.000 15 criticals 15 naja wo geht's hol ihn mal scheiße auf den kopf von ihm ich schaue es darf man noch nie mal lebt in oh ich geh mal mühe hälter verdammt ich hab vergessen nur raketen zu kaufen es ist ein bisschen schwer mit die criticals muss ich ganz ehrlich sagen so tu mir hänge super criticals wo hast du mir denn ja wenn man den mal da killen dann mit dem critical das ist super na bitte geh doch erst nochmal naja er ist runter ein critical naja gewalt seiten wule macht einfach wule hebt einfach die quote an ihr seht was dort steht oder das bedrock pull ich machen und so tanzt brr wo ist denn der kopf von dem fisch da ist der brand mach den mund auf mach den mund auf mach den mund auf mach den mund auf jawoll ok geht doch hier toll das hier ist entfernt worden hat doch was war ein offenkopf Mensch und es ist bitte Glück schlaue ich Penis richtig der allseits beliebte Penisfisch was ist das ein Feuer speihänder schlaue ich schlaue ich schlaue ich irgendwie so ja klingt so freundlich dass man mal an aufklaufen könnte meep schlaue ich schlaue ich schlaue ich was ist mit schlaue ich 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 Oh, ich liebe meinen Shadow. Tja, ich schau euch da nochmal zu. Hast du ihn erwischt? Ja, hab ich. Ja klar, wir müssen die Kritikers zusammenkriegen. Jawohl, aber ich kann euch helfen. Ich kann da trotzdem noch reinballern. Ich unterstütze euch einmal, ne? Okay. Mit Ticos weiter, mit Ticos. Eww, eww, eww. Weiter, Max, du das? Weiter. Bin unterwegs. Oder doch nicht. Warum bist du so schnell gestorben? Weil das schon ein paar Mal tot war, glaube ich. Hm? Je öfters du in diesem Sekt Printing bist, desto schneller vergeht der Balken. Hi, Rieder. Perfekter Sniperposten. Warum lebe ich dann noch? Wieso leben wir noch, Alter? Wieso leben wir noch, Alter? Stammt, ich muss ganz hörten. Bist du deppert, wenn er das da ganz hörkt, geht's auf. Hast du das Gefühl, dass wir das jetzt schaffen werden? Warum, da die jetzt Pfadestrahlen sterben sind? Uh. Ähm. Ja. Geh lehn! Ja! Wo ist er? Das ist korrosiv. Das ist korrosiv. Das ist korrosiv. Das ist lecker echt die ganze Zeit, ne? Ich muss versuchen, wie das. Ich muss versuchen, wie das... Jawoll. Schraub den Daster samm. Fuck die Critics. die kritik ist ganz wohl vergessen und ob man schauen dass es generell schaffst und wir geben hier das volle programm und deswegen liebe ich die schnellschusssniper hinten ist noch einer hast du dir aber neben mir angenommen herr wule wie einfach reinfeiert damn nice der snipe hat es überlebt kamtag hat es überlebt aber ich bin noch ein kleines mädchen necromancer skin aufgehoben alter vorwärts das hätte überhaupt nicht mehr auf es kommt ja wir sind bereit warum wolltest du wirst überhaupt her wir kommen zu euch rieder das ist für dich kaum mehr du musst erst munitions passen also ich habe keine munitionsprobleme deshalb wollte ich durchballer ja wir haben auch keine munitionsprobleme obwohl ich durchballe ja und wenn du einfach ganz nörgst mehr team Regeneration muss doch fix überprüfen was der schuld und asche skill ist ne äh feierrad und der kritik der trefferwehr schaden mit allen Schusswappen für gute Zeit das klingt gut naja das ist mein munitionslevel runter dann hm das ist nicht gut ne aber ich habe es trotzdem auf höchstem level gepointet nice assemble assemble also ich würde sagen wir kill dir jetzt einfach alles weg reißt auf ok egal wie ja fertig ok blasen ist jetzt alles weg und zwar mit einer menge saft dann 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 by the way ich möchte gern mit einem von euch wenn er mal bei euch auf besuch kommt das schlechteste das schlechteste aller spiele die es gibt durchspielen das werde deadly premonition das ist einfach die größte grütze hat aber die hat aber eine grenzgeniale story aber das spiel ist einfach technisch so unglaublich schlecht und dann kommt er sowieso zu silvester im nischer aber was soll es sagen wir das da muss ich das wirklich machen an silvester ja 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 damm fräscher eigentlich dresch lohnt kann man ja so ist dr m flieger dann das ist ziemlich interessant für euch die gegenseitig ab und um die die Wir haben die Granaten, die dabei hobsen cool, schwarze Lochgranaten. Nice! Stimmt, ich habe hier Granaten. Ja. Ich muss schon kraftige Granaten benutzen. Dude. Eww, eww, eww. Ja, das ging's weg. Das ist nicht weg. Fuck. Ja, nur das, der in der Gegend drüber brault. Rrrr. Es kommt gleich, es kommt gleich in der Ruhe, ich gedacht. Und fails. Ja. Nee. Oh, ist ein Dresche. Wie spielt er wieder Aussage? Stimmt. Was? What the fuck? Wo bin ich rumgeflogen grad? Vor allem, wo ist dieser merkwürdige Drescher? Aber okay. Aber seriously nicht, wo ist dieser Drescher hin? Ja, den haben wir schon gekillt. Ach so. Boah, ich krieg nichts mit. Jetzt nie was mit. Entschuldigung. Und, ist es entschuldigt? Ja, nein, vielleicht. Yes. Halt. Halt. Drei von vier. Gut, dass da zählen kann. Halt. Ja, bis jetzt einen von 20 kritischen Kills. Halt. Ähm, du? Ich habe einen Kritikals, haben wir gesagt. Nice, level up. Hey. Glückwunsch. Ich wollte eigentlich grad vorschlagen, dass wir die Queen mit dem Kritikal da killen werden, aber... Jetzt geht das so auf. Wieder ein baddest run. Was? Äh, Singularität. Was ist das jetzt erschrocken? Schnell das Killpunkt vergeben. Sehr einfach. Nennen wir... Oder zu einfach. Wahrscheinlich, ja. Das ist der Fall schon, Nobe. Okay. Gibst du ab und nimmst an, das doch. Wimbo, Kapitän. Juhu! Moment, ich muss auch mal, Nobe. Ich habe Französisch! Wieso, du kriegst das? Hm? Nicht? War das die letzte Quest, oder? Nee. Eine Runde haben wir noch. Ist das sicher? Ist das die Final? Ja. Yes! Finally? Ja? Ich habe noch ein Mod für dich. Ja? Ja. Warum ist denn da, Mann? Ich bin der hier... Ich snipe von hier aus mit der Shotgun, okay? Ja, aber wir müssen da... Ja, erstes das, zweitens bis wir alle da auf dem Plateau stehen, dass wir starten können. glaube ich dir nicht. Nein. Ja, noch genug. Ewww, 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 ewww. Hey, da macht Platz! Komm zu dir! Irgendjemand muss auf den Scharfschützen aufpassen. Ja. Er schützt Schafe. Badam. Außerdem will ich mal ein wenig zugucken. Ich finde das ziemlich cool. Wenn ich 5 Sekunden nicht vorne bin, wird der Bruder in den Arsch gefickt. Ja. Ich steh drauf, Mensch. Yes. Wodurch haben wir gerade 100.000 HP gekriegt. Ist das alle Viech? Was ist denn los? Bestimmte Herausforderungen geben die Erfahrungsrunde. Ah, ok. Der Turm vom Riedert ist auch so übertrieben. Hallo, Mann. Yeah, Spider-Man. Critical! Was geht mit deinem Death Trap? Wieso? Der hat nicht einfach so zerschmettert. Ja. Wie gesagt, der wird stärker, je mehr Kills er hat. Das ist echt nervig. Aber das merkt ja schon, dass ihr die Slack, oder? Beim Schaden. Ja. Aber so gut. Du brennst. Hey, das stimmt sogar nicht. Hin und wieder denke ich mir, ach, jetzt wird's nur wieder Zeit zu brennen. Du nett? Ja. Sicher, klar. Oh. Was hast du da gesagt, was jetzt kommt? 64 Schild, alter. Good one, babe! Ich verstecke mich in dein Heider, der gerade unsichtbar ist. Das ist eine gute Idee, ja. Das wäre irgendwie nicht weniger wie das Staukanz, so, glaube ich. Heider hast du es gesehen? 4 Granaten. Ich habe so langsam das Gefühl, meine Granaten sind Feinde suchend. Ja. Meine Granaten sind Feinde anziehend. Im Sinne von, glaube ich, nach uns anziehen. Da ist, suchen sie Feinde und dann... Ach, das ist das. Wir haben wieder Trash-Up. Trash-Lund. Das Problem ist... Du verstehst, du hast noch nicht vor Schuss. Drei Munition mal zwei ist sechs Munition. Ja, kann das sein? Critical Kill. Das kann sein, wir auch wieder. Ich habe auch gerne einen Critical Kill gemacht. Eigentlich nicht sechs Munition, das war zwei, das berechnet er trotzdem irgendwie normal. Okay. Bei mir ist so, geworfen Verbrauchst von Haus aus zwei Munition pro Schuss. Ja? Und wenn ich ihm zum Modus drin bin, würde ich nur einmal anb- anbrenn, anbrennst. Dann wäre es dann nicht schlecht. Bitte Dankeschön! Na gerne! Äh, ach so. Ja. Danke. Aber sagst du danke? Ich bin verwirrt, dann kann ich sagen, okay? sterbt ihr schweine ihr kleinen ja genauso ich habe gesagt was zu bekommen ist ein icon für den köln so was zu tun als letztes gegen Spadrant King, jawohl. Critical, critical. Bestimmt nochmal vergiftet, versäuret. Egal wie, es ist nicht lecker. Oh man, das hier brennt. Oh man, das ist eine Böse. Eww, eww, eww. Ah, ah, ah. Death Trip ist immer im Schuss. Ah, der Lunger-Ding bei irgendein Wombos. Verstört? Das ist gut gebraucht, der ist unten. Da. Abends. Oh Gott, das fühlt sich wie Piss und Nachos. Das hätte jetzt natürlich nicht vorbei sein können, oder? Nein. Nein. Äh, dieser Schocktyp da, ne? Das ist richtig scheiße. Auch. Machen wir da mal jemanden helfen? Uns? Sowas wie der Rida. Hm. Ja. Oh weh. Oh weh. Würden wir sagen, jetzt haben wir ein Problem. Warum? Ich balle einmal weiter, ne? So, voll. Ich hab's geschafft. Weiter. Jaaa. Jaaa. Alter, was war da grad so riesig? Werder ist Quiro Thrasher. Danke. Danke. Kann geraten. Kann geraten. Verflucht. Also ist lecker echt das Vieh, ne? Halt auf Wule. Jaaa. Ja, das killt die grad da oben an der Tsuchuchower Tribüne. Das ist irgendwie nicht freundlich. Dasta, wo bist du? Direkt vor dem Vieh. Hm? Wo dem her. Ich bin direkt vor dem Vieh. Wieso? Das ist immer. Warte. Leute, da komm ich nicht hin. Heider, dann bleiben wir mal in Sicherheit. Quasi. Alter. Dasta? Ja. Wir leben ja mal wieder. Wo bist du? Ja komm, la fair. Dude. Fuck. Ihr kriegt das schon hin, Mädels. Ich hab euch ne Granate geschickt. Wer das? Jawoll, der Stoß. Was? Was ist das am Teufel? Warum bist du da oben tot? Was ist das am Teufel? Wenn mich der Thrasher die ganze Zeit angreift. Der ist noch ein Vieh. Ich töte es. Ich bin da. Ich bin spät. Töte es. Was? Wo denn? Genau unter euch. Genau unter euch. Na komm. Bring uns an um. Boah. 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 Das war knapp. Du hast es in meiner Mache. Es ist in meiner Mache. Es ist in meiner Mache. Hahahaha. 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 Das war knapp. Miss Moxie Screamer. 9000 Damage macht der Raketenwerfer. Das dann ist das für dich. Ja, das kriegt jeder. Das hat jetzt jeder im Inventar, oder? Warte, bis das Ding wieder hochfährt. Alter, der Style ist ja komplett krank. 9000 Damage, das hat sich klont. Gute! Alter Schwede. 9000. Warte mal, die Marke von dem Ding ist Moxie? Nein, Torque. Moxie hat eine eigene... Oh fuck. Nein, nein, steht auf dem Lounger drauf. Hat er noch eine Zeit von ungefähr einem Monat. Aber ansonsten ist er toll, kann man noch essen. Ey, Wulle, hier oben ist das Ding. Überlegen, Klassenmod für dich. Ja. Was denn? Überlegenes Sweetheart Klassenmod. Team Maximale Gesundheit plus 135. Plus 2, die bessere Hälfte, das gilt. Nee, danke. Das nimmst du gefälligst, ich will mehr leben, okay? Auf jeden Fall sagen wir danke fürs Zuschauen. Und bis morgen Leute, Servus. Servus. Ja.